Was geht ab Leute, NerdAlertGames hier und wir starten heute das Max Payne 3 Let's Play. Los geht's! Es ist wirklich eine super lange Zeit her, dass ein neuer Max Payne Teil rauskam. Ich glaube so neun Jahre mittlerweile. Ich bin schon richtig gespannt, wie da ein Bulletin durch die Gegend fliegen und einfach nur BAM! Aber ich denke, ich werde eine Menge Spaß mit dem Spiel haben und ich hoffe, ihr auch. Und ich werde dieses Jahr jedes aktuelle Spiel durchspielen, wie zum Beispiel jetzt Max Payne 3, Guild Wars 2, Medal of Honor, das neue, Call of Duty, Black Ops 2 und noch viele, viele Spiele mehr. Also wenn es euch gefällt Leute, abonniert einfach und wir sehen uns dann. Max Payne 3, Start drücken. Okay, Festplatte natürlich. Helligkeit anpassen, machen wir mal für YouTube ein bisschen heller. Naja, vielleicht mal so. Können wir immer noch ändern. Los geht's! This place is great, really comfortable. Ich werde einfach mal in den Augen. Zeit, um zu gehen. Gehen mit meinem Leben. Ja, absolut. Jetzt, wie ich gesagt habe, war es ein langer Zeit, lass es gehen, ernsthaft. Max Payne 3. Ich bin sicher nicht mehr mein Stiles als Panama, oder Hoboken, ich glaube. Nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich einfach ein bisschen Angst vor dem Bösen. Ich meine, einmal in ein paar Mal, aber nicht all die Zeit. Du bist richtig, es war mir keine Worte. Vielleicht habe ich meine Selbstversprechung verloren, aber es ist zurück. Ich bin echt excited. Ich wirklich brauchte einen neuen Start. Ich denke, du bist richtig. Ich denke, ich mag es hier. Es ist sicherlich... Es ist sicherlich in New Jersey. Es ist meine neue Leben, wie du gesagt hast. Ich denke, du denkst, du denkst, ich kann noch eine Arbeit machen? Was habe ich zu verlieren? Apart von der Worte? Sehr lustig. Ha-ha. Ja, das ist ein Fake Life, you jerk. Ich denke, du denkst, blöde Bösen, irgendwie das,ás halt uns und unmöglich. THIS ijner St england für das Gedanken zu mir befinden, werden sie einfach into Erricht gerufen. Ja, das ist sie nicht sicherlich. Da sind wir im Hauptmenü. Total zusammengebrochen, Max. Job verloren, Familie verloren. Unglaublich. Okay, check mal ganz kurz die Einstellung. Vielleicht die Steuerung. Obwohl, die wird einem Spiel sowieso die ganze Zeit erklärt. Blut natürlich ein. Bullet-Time-Effekte natürlich. Okay, vielleicht gar nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's. Und, noch ganz schnell, wenn ihr mit mir zocken wollt, ich werde den Multiplayer zocken, lasst einfach euren Account unten oder addet mich auf Xbox Live. Ich werde nochmal meinen Game-Attack hier einblenden und dann zocken wir einfach den Multiplayer zusammen. Wird auf jeden Fall supergeil. Los geht's. Neu. Und fürs erste Mal natürlich Mittel. Beim Ziel haben wir das Fun-Cross leicht auf Feinde geleitet. Also eine starke Zielhilfe nicht. Ich will schon ein bisschen, dass das Skill in Ties. Also eine leichte Zielhilfe. Ist nicht verkehrt. Einfach mal aus. Einfach mal aus. Okay. Einfach mal aus. Ich denke, ich bin das, was ich wollte, um mich zu sein. Ein Körner. Ein Renn-A-Clown mit einem Renn-A-Klown, der in andere Böden schlägt. Das ist das, was sie bezahlt haben, also im Endeffekt, das ist das, was sie bekommen haben. Sag, was du möchtest, Amerikaner, aber wir verstehen, Kapitalismus. Du kaufen dir ein Produkt, dann kriegst du das, was du bezahlt hast. Und diese Chums haben bezahlt, für einen wunderschön Gringo, ohne die Sensibilität zu wissen, was ich weiß. Oh, ja! Party! Oh, ja! Party! Ich bin in Sao Paolo, ein paar Wochen vorhin. Ich arbeitete ein Detail für die Menschen, die in einer Stadt brauchen, in einer Stadt wie diese Stadt. Und was diese Stadt? Eine, wo ich nicht sprach, und sie nicht aufzuhalten. Also, für heute, wir sind einfach gut. Natürlich, das war zu ändern. Hey, Bruder! Hey! How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Something like that. Man, that fabella is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know. Something for the kids. Hey, listen, Matt. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. serious though. Big end cop. Anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tommy tucks and cock implants. Ha! Look at Marcel. He still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things. Did some charity. Had things named after him. Won awards. Owned things. People. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his coke head younger brother, Marcello. He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know. But I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Hey! 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 What the hell is going on? I don't know what the fuck that was. Let's go and tighten it up. Things had gone from fine to fucked up in about a second and now there were two idiots at the wheel. Clear! Got the floor? Sure. Look after yourself, bro. Stay safe. Drücke R für Bullet Time, okay. Mein Ziel mit dem Fahnenkreuz, ganz klar. Und ganz langsam. Und RT schieße ich natürlich auf den Feind. Bam! Okay. Nach vorne und dann drücken wir RB. Aha! Bam! Ist ja verflucht, geil. Okay, halte LT gedrückt, visiere das nächste Ziel an. Machen wir noch glatt. Eigentlich habe ich den anvisiert, hallo? Im Schmerzmittel, okay, nehmen wir gerne. Uh, Nahkampfattacken gibt's auch. Und wir sollen selber den Trigger drücken bei sowas. Das ist eine coole Sache, wow. Ich denke, ich werde mal hier die Munition aufheben von dem. Oder habe ich die Waffe komplett gewechselt? Das spielt ja auch keine Rolle. Bullet Time! Friss! Yeah! Okay, reicht. Eieieiei, wo müssen wir jetzt hin? So schnell kann's gehen. Komplette Party versaut. Oh, shit. Oh, shit. Don't be stupid. Don't be stupid. Let her go. Let her go. Come on. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen women. Wow! Wow! Fuck yeah! Slide down und bam! Ooh! Oh, das hat eine Style. Oh, geil. Ich liebe das, wie die Geschichte erzählt. Einfach nur klasse. X, um in Deckung zu gehen. Wollen wir nur glatt. RT zum Ziel. Oh yeah. X verlassen wir wieder die Deckung. Na, komm mal her. Das ist wirklich genial, wie die darauf reagieren. Na komm, verreck. Die stecken wirklich ziemlich viele Kugeln ein. Wo seid ihr? Haha. Sehr schön. Da ist doch noch einer. Ha? Oh yeah. Geil. Hey, B, lade ich nach. Wie gesagt, ich liebe, dass wir alle bösen Wüchte mal Fußballtrikots tragen. Das ist so lustig.